Hey, wähle mich. Ich kann Feuer spucken. Ach, das ist ne Lüge. Er kann nur Kratzer. Au, au, au. Das tat voll weh. Hey, voll kleiner. Guck mal, was ich kann. Hä? Er klar interessiert keinen. Also, Kind, jetzt überleg doch mal, wer würde einen Kampf gewinnen? Was kann er? Wasser spucken. Nützlich, findest du dich auch. Und dann gibt es noch das Ding. Was ist der überhaupt? Gemüse oder so? Wie krieg ich die wieder rein? Und natürlich den laufenden Flammenwerfer. Ich meine, wen wählst du? Ist ja wohl offensichtlich. Hör nicht auf ihn! Die erste Arena ist eine Fels-Arena. Wenn du Glumanda nimmst, wirst du gekillt. Ich meine, in einer Ernst-Situation bist du mit mir deutlich besser bedient, oder etwa nicht? Ach, das ist eine der dümmsten Sachen, die ich je von dir gehört habe. Hey, was? Ja, so muss das sein. Tja, viel Glück beim Rest eures Lebens in diesem scheiß Labor, Bitches. Oh, komm schon! Ich kann's einfach nicht glauben. Hey, Bruder. Kannst du mir doch irgendwie helfen? Ich weiß wirklich nicht, was ich damit machen soll. Na, Kleiner? Hm? Was willst du von mir? Willst du ein Stück von mir? Hm? Wie wär's damit? Na, wie findest du mich jetzt? Wie findest du mich jetzt? Wie ist denn, wenn du dich wieder zu Hause verядigerst? Nein, das ist ja, ey! Untertitelung des ZDF, 2020